Wer kennt die ETH-Theorie? ETH-Theorie hat Tesla studiert. Also ETH-Theorie hat Tesla studiert, seine Zeitgenossen, Larkowski und so weiter und noch viele andere Namen, die in die Geschichte eingegangen sind als Genies und so weiter. Die haben ETH studiert. ETH-Theorie hat sich genau beschäftigt mit diesen feinstofflichen Komponenten. Also wir haben ein Maß, das ist jetzt ein Meter. Mit dem kennen wir uns aus, oder? Wenn wir jetzt ein Teilchen nehmen, wie ein Zentimeter, kennen wir uns auch noch aus. Aber wenn wir jetzt in die Teilchen reingehen, die jetzt so klein sind wie 10 hoch minus 10, da kriegen wir das auch noch wie Mikroskop. Können wir reinschauen, was in der Zelle passiert und so weiter. So, jetzt haben wir heute ganz moderne Mikroskopen und wir können weiter runter schauen auf 10 hoch minus 25. So etwa kommen wir heute mit unseren Mikroskopen hin, also in diese kleine Teilchen hinein. Und wenn man noch weiter das Teilchen aufmacht, also Sie kennen ja den Kollider in der Schweiz, kennen Sie, oder? Ja, den Beschleuniger. Ja, im Luzern, kennen Sie, ne? So, ja. Was ist der, was macht der? Teilchen beschleunigt, ja. Welche Teilchen? Das ist eine Waschmaschine, oder? Beschleunigt auch. Was schleudert jetzt dieser Beschleuniger? Ja? Ja, genau. Er schleudert Teilchen, ne? Schießt sie dann also dementsprechend auf einen flüssigen Wasserstoff. In der, also, und wenn dort jetzt noch kleinere Teilchen existieren, ja, werden diese durch diesen, also hochbeschleunigten Teilchen dementsprechend gespaltet, ne? So, und so gibt es dann nochmal kleinere Teilchen, so, die jetzt also für uns sichtbar werden. Ne? So, und irgendwann hört unsere Technik, unsere technischen Möglichkeiten, die wir heute als Menschen kennen, hört dann irgendwann auf zu wirken. Also, wir haben nicht mehr die Messinstrumente, so tiefer zu gehen. Nachvollziehbar. So, und dann sagt die Wissenschaft, in diesem Moment, wo sie das nicht mehr messen können, weil hier hört ja denen ihre Kompetenz was, aufzuwirken, ja? Da können sie schon nicht mehr regeln, beweisen, sich wichtig machen. Und weil sie dort sich nicht wichtig machen können, also sagen die dann was? Ja, das existiert nicht mehr. So einfach ist es, meine Damen und Herren, so einfach, ne? Aber die Welt hört ja dort nicht auf zu existieren, die existiert ja weiter. Weil es gibt ja, wenn wir jetzt sagen, also Teilchen, die jetzt drunter gehen, auf 10 hoch minus 100, ja? Auf 10 hoch minus 200 und so weiter, ne? Und dementsprechend, wie kleiner die Teilchen werden und diese Teilchen sich dort also auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, das ist also unter diesem Begriff Äther vorhanden gewesen. Nur, gewisse Dinge kann man sich vorstellen, gewisse Dinge kann man sich schon schwierig vorstellen. Also mit unserem jetzigen Verständnis der Dinge, muss man immer so sagen. Aber das heißt ja nicht, dass die Welt da nach unten aufhört zu existieren. Also sie geht weiter. Und da wir heute keine Messinstrumente technisch haben, also können wir diese Dinge nicht mehr messen. Theoretisch. Das heißt ja nicht, dass die Welt da nach unten aufhört.